Wer hier auf meinem Kanal schon mal das ein oder andere Video gesehen hat, weiß vermutlich, dass ich ein großer Fan von Magic Mask bin. Mit diesem Feature von DaVinci Resolve kann man gezielt bestimmte Bereiche isolieren und bearbeiten oder auch einfach mal Spaß haben. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man mehrere Klone erstellen und diese unterschiedlich bearbeiten kann. Und das Beste, ohne Fusion einzusetzen, direkt auf der Edit-Page. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Wir sind in DaVinci Resolve Studio Version 18.6. Magic Mask funktioniert nur in der Studio-Version und nicht in der kostenlosen. Wir beginnen mit diesem Clip und als allererstes duplizieren wir den. Wir halten die Alt-Taste gedrückt und ziehen das Ganze eine Spur höher. Jetzt habe ich eine Kopie des Clips auf der oberen Spur. Mit der Maus klicke ich auf den kopierten Clip und wir wechseln in die Color-Page. Jetzt öffne ich Magic Mask. Das ist in dieser Menüleiste hier zu finden. Und ich beginne jetzt damit, den Kollegen zu maskieren. Magic Mask habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Das machen wir jetzt hier nur im Schnelldurchlauf. Dann schalten wir das Overlay an, zoomen ein bisschen rein. Als erstes wechseln wir bei Quality auf Beta. Dann sind es nur noch Kleinigkeiten zu korrigieren. Nämlich hier wurde ein bisschen zu viel markiert. Und hier auch. Wir können auch auf den Highlight-Modus wechseln. Und hier nochmal überprüfen. Sieht gut aus. Natürlich könnte man die Maske jetzt hier noch bearbeiten mit Blur, Radius, Clean, Black & White und so weiter. Für den Zweck unseres Tutorials sollte das aber genügen. Unser Standbild ist markiert. Jetzt müssen wir das Ganze auf die Bewegung übertragen. Und das funktioniert mit Tracking. Dann schalten wir nochmal die Overlay-Mask an. Gehen kurz durch. Jawohl. Ich würde sagen, das nehmen wir so. Passt. Wir gehen zu den Nodes, machen einen Rechtsklick und fügen einen Alpha-Output hinzu. Dann verbinden wir diese beiden blauen Punkte. Und haben jetzt unsere Maske gerechnet. Jetzt wechseln wir zurück auf die Edit-Page. Da ist es nicht viel passiert. Vermeintlich. Weil es liegen die identischen Spuren übereinander. Wir schalten jetzt aber mal den unteren Clip aus. Und dann sehen wir, unsere Maske hat funktioniert. Hier gibt es ein paar Unsauberkeiten, aber die sind so schnell in der Bewegung. Das soll uns für jetzt genügen. Damit Magic Mask jetzt nicht jedes Mal neu berechnet werden muss und unseren Rechner lahm legt, machen wir einen Trick. Wir wählen den oberen Clip an, machen einen Rechtsklick und führen ein sogenanntes Render in Place durch. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen ein Format wählen, was eine Maske unterstützt. Ich bin auf einer Mac. In dem Fall wäre es Apple ProRes XQ. Wir klicken auf Render, wählen unser Verzeichnis und off we go. Und jetzt sehen wir auch hier schon, unser Clip hat die Bezeichnung Render bekommen. Die Alpha-Information ist mitgekommen. Perfekt. Jetzt können wir spielen mit dem Ganzen. Wir können uns jetzt beliebig viele digitale Clones erstellen von dem Kollegen. Wir kopieren zum Beispiel nochmal die Spur. Dann verschieben wir den einen nach links, den anderen nach rechts. Und haben sofort eine Tanzgruppe am Start. Das Einzige, wo es ein bisschen komisch ausschaut, ist hier. Da hätte ich gern, dass der mittlere Kollege im Vordergrund steht. Also kopieren wir uns einfach nochmal die Spur und setzen den wieder in die Mitte. Und top. Jetzt ist er im Vordergrund. Coole Geschichte, oder? Und jetzt kann ich natürlich spielen, wie ich lustig bin. Ich könnte jetzt zum Beispiel diverse Effekte drauflegen. Wir öffnen den Effektreiter und wählen Edge Detect. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich den anwenden kann. Damit könnte man zum Beispiel so eine Art Hologrammeffekt erstellen, wenn wir wollen. Diesen Filter kann ich jetzt kopieren und zum Beispiel mit Paste Attributes auf die andere Spur übertragen. Und jetzt bin ich natürlich völlig frei in der Gestaltung, was ich machen möchte. Wir können zum Beispiel in die Color Page gehen. Dort zum Beispiel unterschiedliche Farbloks anwenden. Dann kopiere ich mir den Effekt auch in die oberste Spur. Und jetzt könnte ich zum Beispiel Übergänge machen und könnte dafür sorgen, dass wir normal beginnen und den Effekt erst später per Transition reinbringen. Ich schmeiße mal die Effekte wieder runter. Jetzt habe ich nur unterschiedliche Einfärbungen. In dem Moment, wo er den Kopf neigt, soll der erste Kollege erscheinen. Und wenn er die Arme ausbreitet, der zweite. Das Ganze könnte ich jetzt blenden, dann ist es nicht so abrupt. Oder ich könnte es animieren. Und das machen wir jetzt mal. Wir setzen hier ein Keyframe. Hier unser zweites. Hier gehen wir auf eine Null. Zack. Das Ganze muss wesentlich schneller passieren. Wir blenden unsere Keyframes ein. Das kann noch schneller sein. Dann kann ich das noch modifizieren. Perfekt. Ähnliches machen wir jetzt mit dem blauen Kollegen. Wunderbar. Nächstes Beispiel. Wir duplizieren die Spur. Gehen in die Color Page. Machen unsere Markierung. Und tracken das Ganze. Perfekt. Rechtsklick. Add Alpha Output. Und wir gehen zurück auf die Edit Page. Dann machen wir das gleiche Spiel. Render in Place. Perfekt. Die Datei ist drauf. Und jetzt kann ich genauso wie vorher meine Spielchen machen. Ich kopiere das Layer zweimal. Mein Top Layer soll in der Mitte bleiben. Das soll nach rechts verschoben werden. Das nach links. Dann möchte ich nochmal ein Layer haben, was drunter liegen soll. Und jetzt kann ich mich damit spielen, wie ich lustig bin. Ich kann zum Beispiel mit Transparenzen spielen. Oder Blend Modes. ganz wie ich möchte. Und natürlich kann ich auch hier meine Filter einsetzen. Prism Blur ist manchmal auch sehr lustig. Oder Stylize. Da habe ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder Watercolor. Den Watercolor Effekt kopieren wir uns mal. und geben den mit Paste Attributes auf die beiden anderen Spuren weiter. Und jetzt kann ich hier meine Feinabstimmungen vornehmen, so wie ich möchte. Alles ist kombinierbar mit der Color Page. Und auch hier kann ich natürlich mit dem zeitlichen Aspekt arbeiten. Und könnte die anderen Spuren jetzt reinploppen lassen. Zum Beispiel auf einem Musik- oder Soundeffekt. Oder mit Effektblenden versehen. Ganz wie man möchte. Das machen wir noch ein bisschen schneller. Mit Ease In, Ease Out. Und ein bisschen Motion Blur. Und den Effekt kopieren wir uns jetzt auf die beiden anderen Spuren. Einfach mittels Option und Drag. Und da können wir jetzt relativ easy das Timing verändern. Oder andere Übergangsarten drauf anwenden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. So sieht es zum Beispiel mit einem Blur-Dissolve aus. Und hier zum Abschluss noch ein ganz anderes Beispiel. Mein Fazit. Magic Mask ist eines meiner Lieblingsfeatures in DaVinci Resolve. Vor allem in Verbindung mit dem Alpha-Kanal hat man ein fantastisches Werkzeug an der Hand, mit dem man unzählige Effekte realisieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Weiterempfehlung und natürlich ein Abo. Hier auf meinem Kanal gibt es noch eine Menge weiterer Videos. Und wenn du Lust auf noch mehr bekommen hast, schau gerne mal bei arktis.de vorbei. Dort gibt es meine Kurse jetzt auch einzeln zu kaufen. Ich verlinke das Ganze in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns.